freunde weiter geht's der letzte video war ja mit dem wolfgang gesehen hat euch wohl ganz gut gefallen und ich das gesehen habe in den kommentaren und so weiter und da haben sich die ganzen jungs und die ganze truppe sich gefreut dass dazu gut angekommen ist heute geht es aber um den c63 der w204 haben wir ja schon gesehen leistungssteuerung haben wir gesehen wir haben das fahrwerk verbaut soweit das fahrwerk eingebaut wie serienmäßig geht da kommen wir gleich noch mal zu es kommen noch ein paar änderungen am fahrwerk aber ich habe ja gesagt ich bestelle erst mal felgen und gucken wir mal wie da steht bevor wir ein bisschen nachjustieren und tun und machen so da habe ich euch erzählt dass das mit der idee bei der c klasse relativ schwierig ist was ich vorher nicht wusste weil du hinten relativ hohe einpress tiefer ist das heißt das rad steht ziemlich weit drin muss wohl damit zu tun haben dass die c klasse hinten nicht breiter ist wie eine normale c klasse aber eine breitere achse hat sodass das rad relativ weit rein wandern muss und da hat mir damals gesagt deine lieblings felge die du gerne gehabt hättest die können wir dir nicht anbieten such dir mal eine andere aus so das haben wir gemacht das thema nicht gemessen und wir haben uns entschieden für die oz hyper gt kannte ich vorher gar nicht im katalog habe ich so gedacht okay wir gucken mal ja habe mir die dann live zeigen lassen und live hat die mir schon sehr gut gefallen und ich muss sagen jetzt wo die auto auf dem auto drauf ist tim ich finde die porno auf dem auto wir haben uns bewusst für 19 zoll entschieden serie hatten wir 18 zoll drauf ich wollte gerne 19 zoll das 18 zoll rad mir zu klein ist und diese fünf speichen amg fänge mir ähnlich gefällt wollte ich unbedingt 19 zoll aber keine 20 zoll weil da die performance wieder drunter leidet so also eine schöne 19 zoll mit der hyper gt haben wir da was gefunden jetzt für die amg fahrer weil halt auch viele fragen nach einpress tiefe und so weiter ich sag mal eben wir fahren jetzt vorne eine achten halb mal 19 et 38 mit dem 235 35er reifen und hinten fahren wir einen neuneinhalb mal 19 et 52 mit 255 30 sieht gut aus das gucken wir uns gleich an dann habe ich die felgen inklusive reifen mal gewogen das original 18 zoll rad fünf speiche wiegt mit reifen vorne eine felge 22,4 kilo die oz wiegt vorne mit reifen im vergleich 20,4 und jetzt kommt das geil die hinteren fällen sind leichter die breiteren hinten wiegt serie 21,5 und jetzt glatte 20 kilogramm sprich wir haben an den ganzen radsatz jetzt sieben kilogramm gespart das finde ich auch nicht schlecht also sieben kilogramm rotierende masse weg vom auto so et hat gesagt ich würde sagen wir gehen uns das jetzt mal kurz angucken dem neuneinhalb mal 19 also vorne achten halb vorne neuneinhalb sieht für mich vorne aus vor allen dingen was mir hinten gefällt dem hinten die felge finde ich noch viel geiler weißt du warum guck mal wie die wie die wie die geschwungen reingeht zu dem bremssattel und so finde ich so richtig porno wie die steht wenn du auf die felge schleicht von hinten guckst dieses konkabel aber bevor wir jetzt zum porn rüber schwenken weil du hast ja schon ein paar aufnahmen gerade gemacht die wir uns dann mal so mit musik anschauen können was ändern wir jetzt am fahrwerk ich werde die tage nach gs mechatronics noch mal fahren die jungs haben uns das fahrwerk eingebaut die achsvermessung gemacht und denen ist der sturz hinten zu negativ die räder stehen nicht gerade die stehen so jetzt haben wir uns einstellbare querlenker streben haben die jungs besorgt haben sie wohl auch letzten an dem anderen c63 schon verbaut gesagt der martin supergeiles fahrfeeling und fahrverhalten so dass die räder gerade kommt wir haben mehr auflagefläche wir haben mehr grip und die reifen fahren nicht so weit ab und vorne dasselbe vorne auch demnächst sturz einstellbar weil wir da auch was umbauen so dass wir weniger sturz fahren das soll deutlich besser fahren das auto fährt jetzt wirklich schon porno ich habe zu martin sagt martin es reicht das auto fährt mega geil und er so nein du musst rumkommen wir haben das super und das ist noch mal zehnmal geiler ich mache das einfach und guck es mir an und sage euch dann wie mein eindruck ist wie das auto danach noch mal fährt weil jetzt ist es wirklich schon bombastisch und jetzt habe ich genug gelabert eins noch ist fragen ganz viele tim nach seinem tour projekt tim sein bmw tour projekt gibt es noch es dauert aber weil der tim arbeitet der tim hat freizeit der tim hat noch andere autos und der tim geht immer nur an dem bmw wenn er zeit hat wenn teile da sind und wenn das auto rein theoretisch erst in drei jahren fertig wird wird er erst in drei jahren fertig der tim guckt mich jetzt skeptisch an ich tue jetzt übertreib jetzt einfach mal tim sein ziel ist zwar anders aber der jung hat auch alles neu gemacht an der karre scheiben raus neue dichtung spiegel neu schweller neu alles mögliche der wilder darüber keine videos man der will jetzt im nächsten video soll das ding schon mit mit dem turbo motor fahren sonst hätte ich gesagt wir machen mal zwischen video wie auch immer ihr braucht also nicht jedes mal drunter schreiben was ist damit und abgebrochen und kommt dauert halt nur so und jetzt bis geboren hier über die felgen und fahrwerk viel spaß mit dem 63er amg so